Yo, hi liebe Leute, herzlich willkommen zum neuen Part zu Dauntless. Zuallererst, bevor wir loslegen, herzlichen Dank an alle Leute, die mich hier unterstützen, sei es Creator Code, sei es irgendwelche andere Formen der Unterstützung, hier Abos, Likes, Kommentare bei YouTube und so weiter. Und besucht uns auch gerne auf unserem Discord-Server, wenn ihr Mitspieler sucht und so weiter und so fort. Yo, hier, unterstütze einen Creator, könnt ihr halt hier Montix bestätigen, du unterstützt derzeit Montix, wenn ihr das Ganze dann akzeptiert, hier im Shop. Und dann erscheint hier Montix und so könnt ihr mich unterstützen, wäre mega nice. Aber darum soll es eigentlich nicht gehen, sondern es soll um folgendes gehen. Wir haben jetzt hier ein neues Event, Ramsgiving ist jetzt wieder am Start. Vom 16. bis zum 30. November könnt ihr hier beim Ehrlichen Ause halt solche Rams-Marken abgeben, um dann verschiedenste Dinge zu kaufen. Hier Vorsicht, das ist schon länger im Game, also generell diese Rams hier, die goldenen Rams, die könnt ihr verdienen, ich glaube, wenn ihr Köpfe brecht von gewissen, ja, Behemoths oder von Behemoths und natürlich über hier diese Event-Quests, die man machen kann. Ich gucke gerade mal hier, Events, Jagd, Events, bla bla bla. Dort könnt ihr dann noch so gewisse Quests abschließen. Ihr könnt auch eventuell hier so eine Quest mit Folge-Quest und so weiter machen. Da müsst ihr bei mir mal vom letzten Jahr Ramsgiving euch anschauen. Kann ich euch gerne verlinken, die Folge. Frage, denn mir werden diese Quests jetzt einfach nicht mehr angezeigt. Ich kann nicht genau sagen, was ihr da immer zu machen habt, aber da gab es eigentlich nur ein, zwei Schwierigkeiten, so habe ich es in Erinnerung. Und das ist einmal hier das Bündel mit Ramp-Futter, dass man hier diesen Bock da hinten halt füttern muss. Da seht ihr das ja auch, da ist eine Folge-Quest hier am Start, dass man immer hier Banson halt füttern muss. Damit kann man sich auch ein bisschen die Waffen-XP hochdrücken, wenn man sonst keine Verwendung mehr für die goldenen Rams hat. Und ja, wie gesagt, wenn ihr die Folge-Quest dann abgeschlossen habt oder diese ganze Quest-Reihe abgeschlossen habt, dann könnt ihr hier im Shop dann verschiedenste Dinge halt kaufen. Aber Vorsicht, ich bin mir nicht so sicher, ob es auch in diesem Fall so ist. Mir ist es bei Dauntless jetzt schon die letzten Monate aufgefallen, dass gewisse Sachen doppelt angeboten werden, obwohl man die schon hat. Also zum Beispiel mir wird jetzt hier die Krone angeboten, obwohl ich die schon habe. Oder auch bei dem Hammer wäre ich mir jetzt nicht so sicher, auch hier bei Prince Benson. Also ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich die ganzen Sachen in der letzten Rotation schon gekauft habe, also im letzten Jahr. Ähnlich verhält es sich zum Beispiel auch hier in der Belohnungszone. Da werden mir Dinge halt angezeigt, die ich schon habe. Hier also ganz sicher, hier Held von Ostiga zum Beispiel habe ich ganz sicher. Ja, und da wollen die halt hier die Marken von mir sehen. Also da einfach nur Vorsicht, guckt euch immer vorher an, habt ihr nicht die Dinge doch vielleicht schon. Könnt ihr ja dann gucken beim Kleider oder bei der Krone, habe ich die schon. Bevor ihr da vielleicht die Marken ausgibt, dann wären sie natürlich besser verwendet. Selbst wenn ihr schon alles gekauft habt, sind sie ja trotzdem dann besser verwendet, wenn ihr zum Beispiel das Futter benutzt und euch damit die Waffen noch hochlevelt. Rein theoretisch nur, nur mal so dazu. Ja, und ansonsten, ich hätte wahrscheinlich komplett auf das Video verzichtet. Ihr merkt es ja, ist ja so ein bisschen wieder on the fly, der ganze Kram. Aber dann habe ich gesehen, wurde er dann auch hier so stark beworben, dass es im Moment dieses Kommandant, der Ramsgard, hier dieses Set gibt, was eigentlich relativ cool aussieht, wie ich finde. Also kann man sich schon überlegen. Deswegen auch die Empfehlungen am Anfang. Hey, hier, Creator Code Montix und so. Wäre ganz geil, um meine Arbeit zu unterstützen. Falls ihr euch hier, Kommandant, der Ramsgard, dann eben kaufen wollt, dass ihr da vielleicht an meinen Creator Code hier denkt. Und wie gesagt, ich finde schon, der Preis ist natürlich jetzt nicht ganz günstig, aber es ist auch ein ganz geiles Set. Also wer bei Dauntless da schon aktiv ist oder länger aktiv ist, viel Platinum noch irgendwie übrig hat oder irgendwo rumhängen hat oder sich weiter erspielt hat über die Jagdpässe. Der kann sich natürlich überlegen, da eventuell zuzuschlagen. Ist ein ganz nice Set. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Es ist sehr, sehr selten. Wurde es auch beworben bei Twitter und so. Es ist irgendwie selten. Ich glaube, war das nicht das Set, was irgendwie damals die Founder von Dauntless bekommen haben oder sowas. Also es war irgendwie ganz am Anfang, war das super selten. Und nur irgendwelche Leute, die Dauntless irgendwie in irgendeiner Form unterstützt haben, konnten das, glaube ich, bekommen. Oder es war nur ganz am Anfang irgendwie mal verfügbar und dann nach Jahren einmal wieder und jetzt schon wieder halt. Also es ist wirklich jetzt nicht ständig im Angebot. Ja, und dann gibt es natürlich noch andere Sachen hier im Eventshop, die man kaufen kann und eine weitere Info halt. Es sind irgendwie auch noch gewisse neue Farben jetzt noch mit hier reingekommen. Ich weiß nicht, ob es jetzt explizit diese Farben sind. Wo haben wir hier noch Farben? Wo ist denn das? Muss ich gerade selbst gucken. Keine Ahnung. Ah, hier, Farbstoffe. Da sind irgendwie 15 neue Farben reingekommen. Mich hat das jetzt nie so interessiert, aber vielleicht ist ja für euch irgendwie eine sinnvolle Farbe hier irgendwo dabei, die ihr dann kaufen wollt. Und dann könnt ihr das halt eben machen. Jo, falls das für euch irgendwie eine Rolle spielt. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier irgendwie, ich gucke mal gerade, wenn ich auf Jagd gehe, Quatsch hier Inventar und jetzt hier mal auf Farbstoffe dran Smog. Weiß ich nicht, ob jetzt das erkennbar ist, wo das dazu kam. Nee, dann ist es wahrscheinlich einfach nur hier dazu gekommen, denke ich mal. Hier irgendwo sind die dann eingegliedert worden. Die Farben sind auf jeden Fall 15 neue Farben am Start. Wer da auch irgendwie auf ein komplettes Set spielt oder halt alles immer freischalten möchte, dass das einfach nur bekannt ist. Es ist das Kommandantenset halt wieder zur Verfügung und es ist halt hier, diese Farben sind zur Verfügung. Das war eigentlich so für mich der Hauptpunkt, wo ich gedacht habe, okay, es gibt ja tatsächlich dann sozusagen was Neues und das möchte ich dann schon mitteilen. Jo, das war es soweit. Ramsgiving war eigentlich jetzt nicht so das große Event hier. Und was in den nächsten Folgen noch so abgeht, könnt ihr vielleicht hier schon ein bisschen erahnen. Stärkster Treffer 1,5 Millionen. Da werde ich auch in den nächsten zwei, drei Folgen noch mal ein bisschen drauf eingehen, auf das Thema. Und dann geht es auch mit anderen Themen weiter. Jo, das hier war jetzt echt so ganz locker aus der Hüfte. Bin gerade vom Zahnarzt gekommen. Ganz locker aus der Hüfte. Mal so ein Video hier rausgauen. Hab mich mal sozusagen warm gesprochen mit euch zusammen. Ich hoffe, ich bin jetzt fit. Jetzt kann ich noch ein bisschen anderer Kram aufnehmen. Und ja, wünsche euch einen schönen Tag. Happy Ramsgiving. Ja, viel Erfolg bei den Teilen, die ihr hier erspielt. Ich hoffe, ich habe euch alle nützlichen Tipps so gegeben. Und ja, das war es soweit. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.